Wenn es brennt, dann geht alles häufig ganz schnell. Und wer das Feuer und den Rauch nicht rechtzeitig bemerkt, hat oft keine Chance mehr, aus eigener Kraft das Haus zu verlassen. Auch bei einem Dachstuhlbrand in Baden-Württemberg kamen mehrere Erwachsene und ein Kind ohne Hilfe nicht mehr aus den Flammen. Am späten Abend steigen dichte Rauchwolken aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Wüstenrot. Nur durch das schnelle Handeln von Vorbeifahrenden wird wohl Schlimmeres verhindert. Dann sind wir ins Dachgeschoss hoch, haben versucht den Brand zu löschen. Dann haben wir eine Stimme von einer Frau gehört, die gesagt hat, dass sie da drin ist mit ihrem Kind, mit ihrem Kleinen. Die Flammen schneiden den Helfern den Weg zu den Hilfesuchenden ab. Sie versuchen es von außen an sie heranzukommen. In einem Schuppen finden sie eine Leiter, sie wagen den Aufstieg. Durch das Fenster wird einem Ersthelfer ein einjähriges Kind von der Mutter überreicht. Dann bin ich die Leiter runter, habe das Kind dem Notarzt übergeben. Und kurz da dazwischen ist dann auch die Feuerwehr eintroffen mit ihren Einsatzwegen. Beim Eintreffen waren noch Personen im Gebäude. Das Dach war durchgebrannt. Zunächst war unsere Einsatztaktik, die Menschen aus dem Gebäude zu kriegen und anschließend die Brandbekämpfung durchzuführen. Währenddessen wird das Kleinkind medizinisch versorgt. Schnell wird klar, es ist nur leicht verletzt, kommt aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Zwei Erwachsene rettet die Feuerwehr über die Drehleiter. Sie kommen in eine Klinik. Nach rund einer Stunde ist der Brand gelöscht. Die Dachgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, wird nun untersucht.